Hammerlos für den FC Bayern. Pep Guardiola trifft erstmals auf seinen Ex-Verein. Der deutsche Rekordmeister muss im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona antreten. Das ergab die Auslosung der UEFA im schweizerischen Neon am Freitagmittag. Die Münchner müssen wie schon gegen Porto zunächst auswärts ran und haben dann im Rückspiel Heimrecht. Bereits 2013 gab es diese Begegnung im Halbfinale der Champions League. Damals gewannen die Bayern im Hinspiel vor eigener Kulisse mit 4 zu 0 und auch im Rückspiel in Barcelona gingen die Roten mit 3 zu 0 als Sieger vom Platz. Meistert der FC Bayern erneut die Hürde Barcelona, könnte im Finale Real Madrid warten. Die Madrilenen treffen im zweiten Halbfinale auf Juventus Turin.